So, wieder mal Training, wieder mal eine neue Kameraperspektive, mal schauen was draus wird. Wir haben gestern angefangen, also ist alles noch ziemlich neu, wir haben gestern angefangen mit aus der Spritze trinken. Ziel soll es jetzt erstmal sein, dass die Jungs eben halt die Spritze in meiner Hand tolerieren, dass sie trotzdem auf die Hand kommen und dass sie mit dem Kommando Touch und dem Fingerzeig auf die Spritze dann halt das Ding berühren. Ich hoffe, dass ich dieses Kommando Touch und den Fingerzeig dann auch mal für andere Gegenstände eben halt beispielsweise, die sie berühren sollen, dann mal verwenden kann. Mal gucken, ob das irgendwann mal so als Übersprungsgeschichte eben halt laufen kann. So ähnlich habe ich das ja beispielsweise beim Turn rechts und Turn links oder Fuß rechts, Fuß links auch gemacht. Dass ich gesagt habe, okay, im Prinzip gleiches Kommando, nur mit dem Anhängsel rechts und links dran. Und ganz ähnlich habe ich das auch beim Kommen auf die Schulter eben halt gemacht. Kommt zum Frauchen, andere Handgeste, gleiches Kommando. Also auch da wieder so eine Art Universalgeschichte. Gekoppelt mit einem anderen, mit einem gleiches Kommando, gekoppelt mit einer anderen Handgeste. Also bei der Sache mit der Schulter hat es schon ganz gut geklappt. Aber jetzt wollen wir uns mal darauf stürzen, das hier hinzukriegen. So, bewaffnet mit Leckerchen bin ich. Ja, die Jungs warten da auch schon. Alles sitzt da oben. Ja. Ja, die kleine Raketen. Wer möchte denn als erstes? Super, super Schüler ist beispielsweise, was das anbelangt mit der Spritze eben halt, der Galle hat. Der kann das ganz, ganz toll. So, aber wir können das ja mal so ein bisschen kombinieren mit dem, was die Jungs bisher schon gelernt haben. So kann jeder ein bisschen glänzen, auch wenn er mit der Spritze noch nicht so richtig dabei ist. Galle hat, komm zum Frauchen, komm. Du bist ja nicht der Galle hat. Du bist grün. Na gut, du bist teilweise. Galle hat, komm zum Frauchen, komm. Galle hat, komm zum Frauchen. Galle hat, Galle hat. Komm zum Frauchen, komm. Komm, Schatz. Galle hat, komm zum Frauchen. Galle hat, komm. Ach, da willst du hin. Gut. Fein. Fein, Schatz. Guck mal. Ja, du bist so in die Kamera. Kennst du, ne? So. Dann kann man hier. Komm. Galle hat, komm zum Frauchen. Komm. Komm. Galle hat. Komm zum Frauchen. Na, komm. Komm, Schatz. Galle. Super Vorfühleffekt. Galle hat, komm zum Frauchen. Komm. er macht das also er hat das auch an ihm ganz ganz toll hat touch touch Hier bist du ein bisschen verwirrt, ne? Fein. Winkel links, Winkel links. Ja, good birdie. Galat, Galat, Galat. Turn, komm. Turn, Galat, Galat. Das ist so, wenn man abgelenkt wird, ne? Galat, turn. Good birdie. Fein. Gut gemacht. Und nochmal. Nein, nein. Turn. Good birdie. Tricks auseinanderhalten ist auch so eine Sache. Vor allem, wenn die Kommandos recht ähnlich sind. Wo ist links? Good birdie. Touch, Galat, touch. Fein. Good birdie. Du machst das toll. Hm? Ja, ich komm mir wirklich... Ihr seid ja gleich dran. Keine Bange. Good birdie, Galat. Good birdie. Fein. So, jetzt müssen die anderen auch mal glänzen dürfen, ne? Der Alfred beispielsweise. Hm? Der Alfred beispielsweise. Komm mal her, mein Schatz. Komm. Komm, Schatzilein. Na komm. Ja. Alfred, touch. Alfred, touch. Alfred, touch. Fein. Good birdie. Good birdie, fein. Und nochmal. Touch. Alfred, touch. Good birdie. Fein. Fein. Okay, und? Alfred. Nee, Alfred. Ah, 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 ah. Kleiner Dieb. Jetzt hängt er wieder am T-Shirt. Alfred, turn. Alfred, turn. Alfred, turn. Alfred, turn. Ja, fein. Good birdie. Good birdie. Fuß links. Good birdie. Hey. Kleiner Dieb. Hm? Fuß rechts. Nein. Fuß rechts. Good birdie. Winke rechts. Winke links. Good birdie. Fine. Und nochmal. Alfred, turn. Good birdie. Und? Und? Touch. Fein. Good birdie. Good birdie. Manche machen das mit dem Fuß. Ich hätte mich da gestern schon kringeln können. Touch. Nein, nicht mit dem Fuß. Touch. Good birdie. Ja, die verwechseln den Fingerzeig eben halt mit den ganzen Fußkommandos, die wir so haben. Ne? Also Winke Winke und turn. Touch. Nein. Nicht mit dem Fuß. Touch. Ja. Genau. Du klaust bitte nicht. Großer. Hm? Ja. Fein, Alfred. Good birdie. Good birdie. Fein. So. Okay. Wer das gestern auch schon ganz, ganz toll gemacht hat. Ja, da ist der Gallerhard im Fernsehen, ne? Gallerhard ist im Fernsehen. Guck mal. Der ist ein Gallerhard. Wer das auch schon ganz toll gestern gemacht hat, das ist der Lande. Der hat also auch schon ein paar Mal die Stutze berührt. Komm Schatz. Fein. Good birdie. Gallerhard. Äh, Gallerhard. Entschuldigung. Lanzelott. Touch. Good birdie. Fein. Also die haben das wirklich relativ schnell gegriffen. Ich fand das auch so ganz, ganz toll. Touch. Lanzelott. Touch. Ah, erstmal zu Ende fressen. Ja. Du hast ja auch recht, ne? Okay. Gallerhard. Entschuldige, Schatz. Turn. Tanzelott. Fein. Good birdie. Winkel rechts. Winkel rechts. Kannst du besser. Good birdie. Ja. Fein. Fuß links. Good birdie. Und? Turn. Good birdie. Fein. Winkel links. Good birdie. Und? Touch. Kannst du noch touch? Fein. Good birdie. Touch. Good birdie. Good birdie. Fein. Also ist das echt erstaunlich. Good birdie. Ja, fein. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie sich damit sehr, sehr schwer tun würden. Weil sie sind es überhaupt nicht gewöhnt und nehmen eigentlich immer total reiß aus sofort. Und wer ist da auf meiner Schulter? Da ist ja der Gannicus auf meiner Schulter. Wie fein. Gucke mal. Sie nehmen eigentlich immer sofort reiß aus, sobald ich irgendwas in der Hand habe. Das ist also wirklich No-Go. Normalerweise kommunizieren wir immer direkt nur über die Hand. Und ich habe nichts dabei irgendwie in der Hand. Insofern ist das echt erstaunlich, dass sie sich jetzt so schnell daran schon gewöhnt haben irgendwo. Oder so viele sich daran gewöhnt haben. Du bist immer noch ein bisschen misstrauisch, Schatzilein. Kommst du denn mal auf Frauchens Hand, wenn die Spritze dabei ist? Ja. Gannicus lernt eben in seinem ganz eigenen Tempo und er guckt sich das immer an. Gannicus, kommst du denn mal zum Frauchen? Nee, 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 nee. Gannicus, komm zum Frauchen, komm. Fein. Dafür haben wir also auch eine ganze Weile gebraucht. Ein bisschen länger als bei den anderen eben halt. Das heißt aber nicht, dass der Vogel nicht clever ist oder so. Er überlegt sich das halt ganz genau. Fein, mein Schatz. Guck mal. Möchtest du denn mal, wenn ich das so tarne, möchtest du denn mal zum Frauchen kommen? Im Moment noch nicht. Wird kommen. Also wie gesagt, auf die Schulter kommen hat bei ihm auch eine ganze Weile gedauert. Und du? Und du? Du bist hier der Oberlehrer, ne? Du bist hier eigentlich der Vorturner, sag, ne? Ja. Aber weißt du was? Die anderen müssen auch mal dran kommen, ne? Ja. Der Utritt beispielsweise, ne? Utritt, komm zum Frauchen, komm. Utritt, komm zum Frauchen, komm. Ja, sonst macht es der Lanzalot, ne? Der kennt ja ja nix, ne? Utritt, komm zum Frauchen, komm. Utritt ist auch noch ein bisschen misstrauisch. Ja, fein. Guck mal. Mhm. Ja. Utritt, turn. Turn. Utritt. Utritt. Turn. Ich möchte ihn erstmal so ein bisschen auflockern, dass es nicht immer nur um die Spritze geht, sondern dass sie so ein bisschen besser toleriert wird, ne? Utritt. Utritt. Turn. Ah ah. Utritt. Turn. Ja, du darfst gleich auch noch die Spritze berühren, so ist nicht. Mhm. Touch. Utritt. Fein. Kein Winkewinke. Mhm. Utritt. Touch. Fein. Good birdie. Er ist der Winkewinke- und Fußgebemeister eben halt hier in der Gruppe. Im Schwarm. Und nochmal. Touch. Fein. Good birdie. Hörst du mal auf an meinen O-Wing-Zunladen? Winke rechts. Winke links. Good birdie. Fein. Fuß links. Fuß rechts. Good birdie. Fein. Und touch. Good birdie. Fein. Mein Großer ist einfach toll. Ne? Du bist einfach toll, sag. Ne? Du bist einfach toll. Schatz. Hast du prima gemacht. Wird birdie fein, Utritt. Wird birdie fein. Was machst du hier eigentlich? Merkst du das Fraustin an? Erstmal alles ausprobieren. Küsschen geben. Ohrringe beknabbern. T-Shirt beknabbern. Brillenbügel fehlt noch. Hm? Der Brillenbügel fehlt noch, Kleiner. Hm? Der Brillenbügel fehlt noch. Ach. Leben mit Wellen sind die Babys, ne? Ja. Guck mal. Guck mal. Ja. Guck mal. So. Wer haben wir noch nicht? Der Houdini. Der Houdini fehlt ja noch. Ah. Der Houdini fehlt ja noch. Houdini. Komm zum Frauchen. Houdini. Komm zum Frauchen. Komm Schatzelang. Houdini, komm zum Frauchen. Houdini. Houdini. Komm Schatzelang. Houdini. Ja. Ja das sehen die Wälde mit offenen Garten, ne? Worum es geht. Komm. Houdini. Komm zum Frauchen. Komm. Der Alfi möchte unbedingt noch mal. Alfi. Tatsch. Alfi. Alfi. Tatsch. Ja. Ist ganz gemeint. Alfi. Tatsch. Alfred. Tatsch. Tatsch Alfred. Alfred, touch! Alfred, touch! Fein! Ja, das ist so dieses Festigen eben halt, ne? Spielerisch die Gelegenheit einfach auffangen und fein! Frauchen hat nicht touch gesagt. Das ist auch noch so eine Spielregel, ne? Ja. Houdini, komm zum Frauchen, komm! Houdini, komm zum Frauchen, komm! Houdini ist also auch sehr treuig und recht misstrauisch eben halt dann auch, ne? Aber ein Pfund kehrt, also wenn man das Herz dieses Vogels einmal erobert hat, dann kann man sich auf den 100% verlassen. Houdini, komm zum Frauchen, komm! Houdini, komm zum Frauchen, komm! Na, komm! Houdini! Ja, da ist keine Folgenhese, ich weiß, ich verlange jetzt hier, ne? Ja, da ist keine Folgenhese, ne? Na, komm! So, komm, Schatzgelein! Houdini, komm zum Frauchen! Fein! Guck mal! Wie fein! Oh, Houdini ist auch noch im Fernsehen, ne? Houdini ist auch noch im Fernsehen, wie fein ist das denn, ne? Houdini, touch! Houdini, touch! Houdini, touch! Houdini, touch! Houdini, touch! Good birdie! Good birdie! Fine! Schau, wie schön der Houdini das macht, ne? Houdini, touch! Houdini, touch! 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 Houdini, touch! Good birdie! Good birdie! Fine! Houdini, turn! Turn, Houdini! Turn! Fine! Good birdie! Fuß rechts, Fuß links! Good birdie! Fine! Schau, wie schön die Houdini das macht! Toll! Houdini, touch! Fine! Good birdie! Man merkt das, ne? Er ist so ein ganz sanfter, ne? Der also auch so das Füßchen geben und so weiter, ganz kontrolliert macht, ne? Das ist einfach fantastisch! Der Probe hat sich so gemacht, das gibt's gar nicht! Winkel rechts! Winkel links! Naja, good birdie! Houdini, touch! Touch! Good birdie! Hast du toll gemacht! Ganz toll! Oh, die Knutscherei! Good birdie! Fine! Fine! Und da ist der Gannikus hier wieder! Da ist der Gannikus! Gannikus! Möchtest du? Möchtest du's vielleicht doch mal versuchen? Hm? Die ganze Frau hier, komm! Na komm! Die Spritze tut dir nix! Er hat mit diesen Spritzen ja schon Erfahrung gemacht, ne? Na komm! Also wenn er so auf der Hand wenigstens tolerieren würde, das wär schon mal super! Kommt halt! Hm! Nein, du nicht! Also, er war ja nun der Einzige, der bei uns hier ein paar Mal in Behandlung war und es kann gut sein, dass er diese Dinger eben halt noch kennt, weil ich ihm ja nur noch Medikamente geben musste eben halt, ne? Und da jetzt erstmal sehr reserviert ist. Aber andererseits ist es bei Houdini, äh, bei Houdini, bei dir nicht, was, ne? Andererseits ist es bei Gannikus aber auch keine Seltenheit, dass er sich einer Übung eben halt erstmal ein paar Tage, sich das erstmal ein paar Tage anguckt, ne? So nach dem Motto, na, mal abwarten vielleicht, ne? Wie es den anderen dann so geht, ne? Und irgendwann kriegt er dann die Kurve und dann hat er schon längst begriffen, worum es geht, ne? Und dann kriegt er die Kurve eben halt, äh, so hab ich zumindest so das Gefühl und sagt sich, wieso soll ich die anderen eigentlich immer mit der Kolmese davon kommen lassen und ich krieg überhaupt gar keine? Das ist ja eigentlich total easy! Und zack, ne? Sitzt er auf der Schulter oder gibt Fuß oder, oder macht Winke, Winke, ne? Genau wie die anderen eben halt dann auch, ne? Das ist seine Art! Insofern, ne? Genau richtig so! Ich möchte meinen Gannikus gar nicht anders haben! Ja, das war richtig toll, Jungs! Ja, das war toll, habt ihr super gemacht, ja? Ganz prima! Allesamt! Allesamt, ihr Süßen, ne? Ja! Jetzt geht's Frühstück, ne?